Und unsere Visionen umsetzen? Visionen habe ich auch. Hey, das habe ich nicht. Und mit kundenorientiertem Agieren? Kundenorientiert habe ich auch. Unseres fokussierten Ziel? Du schwarz! Wie bin ich? Dummschwetzer, Dummschwetzer, Dummschwetzer! Jetzt reisen Sie das zusammen und sagen, es muss oft ein Spell, dass Sie in die Pfanne sind. Ja, Sie alle. Kann ich auch. Panik allerdings nicht. Sie glauben mir nicht. Ist es ein bisschen schnell gegangen? Wofür haben Sie das?